Ich bin der Bambam von Megaherz und ich bin der Chris von Megaherz und wir sind heute im Riders Cafe in Lübeck. Mit Erdling und mit Heldmaschine. Hi, wir sind Heldmaschine. Ich finde uns eigentlich total geil. Wir sind aktuell mit Megaherz auf der Erdwärts Tour. Wir freuen uns auf den Abend hier und es ist sehr kuschelig. Es lohnt sich, es ist ein Spektakel im kleineren Kreis. Willst du verleihen? Ich will dir die Opfer sein. Deine Schuhe! Richtig der Hammer gewesen. Erdling, war sehr sehr geil. Megahertz, von Anfang an dabei, aus Berlin angereist. Headmaschine war der Hammer. Ich fand es auch mega geil, mega Stimmung auch drin. Geile Nummer, geile Location. Wir sind aus Hannover hoch. Die erste Gruppe hatte noch ein paar Tonprobleme, aber danach war auch der Sound selbst oben auf der Empore sehr geil. Wenn man fliegt, ist man nicht weg. Wenn man bleibt, ist man nicht da. Unter tausend Leuten ist man gut versteckt. Unter tausend Leuten in Bewegung. Das ist absolut grandios. Alte und auch neue Lieder gespielt. Die Vorwands waren super klasse. Das hat mir super gefallen. Pornös kann ich nur sagen. In dem Sinne, Megahertz! Das hat sich auf jeden Fall gelohnt herzukommen. Gutes Headless. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Yeah! Wahnsinn Stimmung gewesen. Richtig geil. Megahertz. Für immer, Seiko. Yeah! Natürlich, Leute, kommt auf die Shows. Besucht solche Clubs und solche coolen Veranstalter, wie das hier der Fall ist. Die Bands brauchen euch. So Leute wie der Kai-Uwe brauchen euch. Wir sind froh, wenn ihr kommt und wenn ihr Spaß habt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Tour. Und wir sehen uns. Ja, hoffentlich. Hör mich da auf diese Welt. Auf diese Welt! Es ist alles nur im Augenblick. In deinem Augen Alles nur in Augen In deinem Augen In deinem Augen